Das wird die beste Zeit, lebt für die Ewigkeit, für immer aufs Leben, ein Beben, geht jetzt durch unsere Welt. Das wird die beste Zeit, du weißt, wir sind bereit, wir wollen uns spüren, entführen, dich jetzt in unsere Welt. Komm mit uns auf, hier in diese Welt, wir will immer aufs Leben, ein Beben, geht jetzt durch unsere Welt. Das wird die beste Zeit, früher Morgen in den Tiroler Bergen. In dieser Villa machen fünf Mädchen einen Monat lang Urlaub, ganz ohne ihre Eltern. Heute dürfen die Mädchen einem Tiroler Milchbauern bei der Arbeit helfen. Einziger Haken, die Melkzeiten. Boah, ist das früh. Fünf vor 18. Das ist schon das Augenmoment dafür, dass ich nie ein Bauer werde. Ein Wachbär. Oh, meine Augen, meine Augen, meine Augen. Dann können wir die anderen wecken oder so. Boah, ich sag dir, die kommen eh nicht aus dem Bett raus. Haken, Mädels. Ey, nicht wieder einschlafen, Mädels, hallo. Ich bin voll warm, ja. Ja, total. Alle liegen. Boah, aber Mädels, der Milchbau steht jeden Tag so früh auf. Ja, mein Beileid, ne? Ganz ehrlich, er hat sich den Beruf ausgesucht. Ich glaube nicht, dass sie sich das aussuchen. Ich glaube, wenn dein Vater schon Bauer ist, dann hast du schon verkackt, weil ich meine, dann erbst du das. Oh, ist das hell. Auch das zweite Mal noch. Jetzt aber los. Der Hof vom Milchbauern liegt mitten im Ort. Den Weg dorthin können die Mädchen locker zu Fuß bewältigen. Leute, 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 guck mal. Meisterbetrieb Landwirtschaft, das klingt doch voll Bauernhof. Ja, und hier stinkt es auch. Guck mal, das sind Pferde. Ah! Äh! Ja.